hallöchen meine sehr verehrten zuschauer meine lieben freunde ich bin's wieder euer pro gamer wir haben sonntag und wir spielen rocket league so gestartet habe ich schon mal spielen zwanglos 3 gegen 3 und die so läuft geht noch mal ganz lässig und entspannt auf klo danach in die küche holt euch den ein oder anderen snack und dann macht es euch bequem schönen heißen kaffee was zu naschen kissen füße hoch und dann geht's los ich bin captain bradock wer ist noch nicht weiß und wir starten so wir gucken mal ob wir heute mal wieder so ein bisschen was hier reißen können so weg ist er da ist er und wo ist der ball keine ahnung da oh tor von croz r. croz scheiße ok anschnallen oh weg bis hin nitro ich hole mein nitro er ist voll wo ist der ball da zack pass auf oh oh so 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 Oh Ey Fein damit Tor Captain Redog, jawohl ja Ein zweiter Anschnallen Halt Oh, was war das denn? Scheiße Nitro Baller Ist der Ball Halt Oh Warte Oh Boah Ich hab ein bisschen ob ich kein Nitro mehr Wo ist der Ball? Oh Mit der Mit der ja Äh Boah Glanz Parade Und Tor Na links Tor Aber Wir sind gut dabei Wo ist der Ball? Scheiße Jedes Mal muss ich hier Sichern Boah, schön Meine Vorlage Meine Vorlage 2-1 Was Anschnallen Oh Shit Warte Wo ist der Ball? Ich hole mein Nitro Hä, wo ist der Ball? Zerstörung Zerstörung Hä? Da Lass uns mal nach hinten gehen Nitro holen Ah ok Nitro ist voll Oh Schade Hat er ihn Wo ist der Ball? Da Wo ist der Ball? Äh Äh, was ist denn das für eine Scheiße? Ja Oh Schade So, das auf Ja Kommt der Wo ist der denn jetzt? Ah, Mist Geht er rein? Jawohl Schön Achso Ah, das war wieder das falsche Tor Alter Den hätte ich fast reingehauen, ich Idiot Wie kommt sowas immer zustande? Scheiße, jetzt steht 2-2 Oh Ey Ey Da, Mist Oh Schön 3-2 Ich hab keinen Nitro Ah Ja 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 Warte Ah Schade Ja Gut Gut, dann lass uns mal hier gewinnen den Scheiß Ja, ok So Erstes Spiel gewonnen Wertvollster Spieler Captain Braddock Abräumer Taktiker So Jo, läuft Jo, erster Platz 344 344 Punkte 344 Punkte Jawohl, ja So, ich geh mal auf bereit Aber ich hab nur ein Tor Guck mal, jeder hat ein Tor gemacht Ja So Krutz Krutz Ist abgehauen, ja Ok So So, wie lange dauert das so? Jetzt sind wir in Manfield Ja, einige sind noch dabei, ja Von den alten Spielern, ja Ja Gucken wir mal Was läuft Was geht Was geht Was geht ab Anschnallen Ah shit Vorlage Auf die keiner rein, ne Ah Wo ist der Ball? Da Ah Ah Schade Ne Ok Ok Ah Ah Mann Warte Ah Er kommt, ah ich dachte er kommt Miss Hab ich nie Tor ja Hau mich mal weg Ne Oh man Da ist der Au Scheiße Wie hat er das denn gemacht? Alter So, da ist der Ball Ok Oh Schon wieder Scheiße Wie ist er denn drauf Hier Blöde Pfotze Scheiße Ah Mess Oh der wäre glaube ich sowieso nicht reingegangen Vorlage Vorlage Ah Mann, ihr Idioten Schön Warte, wo ist er? Ja Ah Warte Ah Mist Ne Ah Mist Ja Captain Braddock, jawohl ja Ja So Wir haben noch Drei Minuten Zeit 1 zu 2 Das geht Ah Mist Das kann man noch schaffen Weg mit dem Ball Weg mit dem Ball Schön hinterher Ah schade Okay Ok Ah Mist Ah Mist Scheiße Gut Muss ich ein bisschen was machen hier Oh schön Ok Aus dem Weg Du Arsch Wo ist der Ball? Ja Oh Mann, ihr Idiot Also bringt das ja auch nichts Ne Ah Ich hab kein Nitro Ah Oh Alter, war das knapp Mann Ah 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 Das war scheiße Ah 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 Mist Scheiße, ich umerst mal Nitro Und dann greifen wir an Oh nein Ah Ah Ja, schön Ey Fotze Ah Oh, warte Ah Schön Hinterher Ja Vorlage Hau ich doch mal rein, ihr Idioten Mann Was sind denn das für Spieler hier Alles nur Idioten wieder Ich mach hier die geilsten Vorlagen Und Nichts passiert Ohhhhh Ohhhhh Scheiß Piss Ah Ah So Pass auf Das Können wir aber nicht mehr gewinnen Ne Ah Mh Mal sehen Vorlage Für mich mal Ausnahmsweise Schade Ach, schade Ja Das sind doch zwei Vollpfosten, die mit mir zusammen spielen, oder? Ja Ja Echt Echt Ja, konnte man nichts machen, ja Scheiß Scheiß Oh Scheiß Naja So, was ist das denn? Ezeke Aha Hä So, ich bin erster Platz Aber scheiß drauf, wir haben verloren So, bereit Guck mal, was sind das für beide Trottles gewesen, ne? Die mit mir zusammen gespielt haben Ja Da läuft ja gar nichts Da läuft ja gar nichts Und da lief ja gar nichts mit dem Die beiden Regionen So, anschallen Ah, schade Ah Schön Nito Angriff Ah, shit Wo ist der Ball? Ja Oh Alter Da haben wir schön abgewehrt Ja So, haben wir Nito ja, ne? Schön Toe So So Okay Nito, Nito Nito Wo ist der Ball? Da Ähm, lass mich doch mal durch Idiot So Schön Ich hab doch schon mal Nito Ja 2-0 Jawohl, ja So So Okay Okay Oh Gut, wir holen erstmal Nito Ah, Mist Ah Ah Schade Und mein Kabel muss ich immer richtig machen Ah, Mist Schön Nitro hab ich auch nicht Ah, Mann Wenn ich Nitro gehabt hätte, dann wär der drin gewesen Scheiß Wo ist der denn jetzt? Ah, Mist Ist das eigentlich das richtige Tor, ja, ne? Ja Schön Ah Shit Oh, was macht ihr bloß hier? Alter Ist ja ein Fußballspiel wie in der In der Kreisliga, okay Warte Schön weg Ah, Mist Weg mit der Pulle Schön Warte Warte mal Ah Schade Warte mal Dachte er rollte noch Vor's Tor Dachte er rollte noch So, wo ist der Ball jetzt? Da Ja Wo ist der denn jetzt? Keine Ahnung Da Ah, Mann Pass auf, warte Warte Ah Ne Ne So Warte Oh Warte Wo ist er? Ah Warte Ah Ich dachte der wär hier irgendwo Da ist er 2 1 30 sekunden noch ich glaube ich mach mal ein bisschen Torwart Warte mal Ich mach mal Torwart Hä? Wo ist denn der Ball? Oh Alter war das knapp Ja Warte Ah So dann haben wir gewonnen Ja Captain Redog Turboschütze Oh der geht gleich auf 88 Cool Oh ich bin nur Zweiter Wieso das denn? Naja egal So wir gehen auf bereit So ok So ok Dann haben wir 1 verloren und zwei gewonnen. Ja. Ja, meine lieben Freunde, was gibt's Neues? Naja. Letzte Woche war nicht gerade einfach. Ich hab wieder jeden Tag acht Stunden gearbeitet. Also eine Überstunde gemacht. Dann hab ich Samstag, gestern noch gearbeitet. Ja. So. Und jetzt sind das noch fast vier Wochen, diesen Monat. Das ist echt heftig. Ja. Naja. Ich hab im September hab ich Urlaub. Ich glaub am 18. September. So. Anschnallen. Ah, schade. Schade. Oh, jetzt nimmt er mir das Nitro weg. Das schwein. Ah. 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 Wo ist der Ball? Ja. Ah, miss. Miss. Ah. Nee. Nee. Ah. Alter, ich muss erst mal Nitro haben, ja. Gas dabei, ja. Warte mal. Nitro? Ah, nee. Ist voll. schön. Geht er rein? Oh, ich dachte, der geht rein. Irgendeine Sau muss den aufgehalten haben. Oh, Mann. Hauen sie einen hinten rein. Scheiß. Kotz. Ah. Oh, na. Oh, schön. Nitro. Hinterher. Ah. Nee. Ah, scheiße, Mann. Oh. Ah. Schön. Ah. Wieso hauen die mich immer an? Immer wenn ich gerade den Ball spielen will. Ah. Scheiße. Ah. Warte mal. Ah. Ah. Nitro. Ah, schön. Geh da rein. Nee. Ihr sollt den Ball spielen und nicht die anderen Autos. Ey. Ah. Ich hab kein Nitro. Jo. Ah, shit. Warte. Wo ist der Ball? Ah. Ich hab gedacht, oh, der geht nicht rein. Das gibt's doch nicht. So, wo ist der Ball. Da. Oh, Mann. Ich hab keine Ahnung, wo der Fall ist. Da. Ah. Ah. Nee. Die sind alle wie die Bekloppte hinter dem Ball her, ja, ist keine, keine Professionalität bei, ne, 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 man ist das ein Scheiß, alter, das gibt's doch nicht, ne, 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 das ist immer noch 0-0, ne, ja, ja, oh, alte, man, ist das ein Fischspiel, oh miss ich wäre zum schuss gekommen ja damit habe ich gar nicht gerechnet ah schade, warte ah miss ne, geht er rein ja, nur meine Vorlage Mann, war das ein komisches Spiel ja so ja, Stufe erhöht hä? Klassenaufstieg ja was ist das denn? Mara... Maracas ach so ok so meine lieben Freunde meine lieben Zuschauer ich hoffe ihr hattet ne Menge Spaß war in Ordnung eigentlich heute obwohl wir eins verloren haben ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag ne tolle Woche bleibt cool und gesund jo, und dann bis bald Rian und tschödelü